Es ist halt die Frage, ob wir jetzt irgendwie mitkriegen, dass wir verfolgt werden. Ah, ey, hier. Guck mal. Hallo, warte auf mich. Bermundo, hallo? Äh, okay. Wie soll ich denn bitte mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, ich... Ja, und nun? Nein! Lass ihn nicht durch. Schon gut. Hm. 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 Okay, ob er mich irgendwo hinfinden wird. Vielleicht in der Falle oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, was? Achso. Ähm. Ja, das mit den Grimouin. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Jetzt habe ich ihn natürlich verloren. Das ist natürlich blöd. Wo will sie hin? Ach, bestimmt hoch, ne? Ein ziemliches Dilemma. Achso, das mit, äh... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ah, ich nehme das. Wir können einen Vorteil finden. Ja, sie will uns nach da oben bringen. Ja, das bringt mir allerdings gerade herzlich wenig. Wüsste gerne, wo der jetzt hin ist. Leider habe ich ihn ja verloren, weil ich dachte, dass da unten irgendjemand, äh, quasi gesprochen hat. Aber, ja. Dem war dann doch nicht so. Hm... Hm... Wie leichter? Gucken wir mal, das ist er ja. Aber ich habe ihn schon wieder verloren. Oh! Nee, was... Sorry. um um Ja, nun gut. Ich hab ihn schon... Ich hab ihn schon wieder verloren. Das soll, glaube ich, wieder ein Stück zurückgehen. Keine Ahnung. Ah, guck mal, dass er... Das ist halt die Frage. Ob wir ihn einfach nur folgen müssen? Ja, ich. Okay, jetzt so, vielleicht? Vielleicht? Wer seid ihr? Ähm, James Bond? Ähm, du kannst natürlich auch für mich arbeiten. Ähm, ich wär dafür, du entschädigst mich. Ja, ja, ja. Du hast deine Kugel. Das ist, wie das funktioniert, nicht wahr? Ähm... Haha, glücklich, dass wir uns einander verstehen. Ich bin auf meinem Weg, dann. Wir werden sehen, ob das so richtig war. Mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Ja, denke ich. Ähm, ich werde mal rasten. Wer rastet, der rostet, wie man so schön sagt. Zwar eigentlich, aber... So, hast du... Einmal rasten, bitte. Bis zum Morgen ausruhen. Gut schlafen, und sicher, wir sind bereit für morgen. Es gibt ein oder zwei Pläne von Interesse. Ich könnte dir mehr über sie erzählen, wenn du möchtest, Master. Nee, möchte ich nicht. Danke. Gut, aber wir gehen jetzt mal runter und gucken mal, ob der Wärterherr eventuell mal auf seiner... Ja, da sitzt er. Dann teil mal deinen. Ähm, wenn du quasi in einen goldenen Käfig gehalten, ja, wobei, wer ist ein goldener Käfig, dann könnte er ja wahrscheinlich nicht entkommen. Also, ähm, sind wir ja so gesehen gefangen und könnte sich nicht frei bewegen, mehr oder weniger. Außer, äh, die Stadt ist quasi sein goldener Käfig und kann sie halt nicht verlassen. Aber, ansonsten, ja... Ich kann mir so glücklich sagen, dass ich mich selbst sagen kann. Und um es zu erreichen, mit allem, was mein Herz will. Naja, was heißt selbstbeschafft? Ähm, ich hab dir das Geld geliehen. Also, von daher... Aber hey, er zahlt jetzt uns den Raten ab, also eine Hand wäscht die andere, können wir jetzt auch sagen. Was hast du hin zu erledigen? Ja, pass auf dich auch mal auf. Oh, von dem Bandchen, von dem Tuniker, oh geil. Nice. Als ob er es geahnt hätte. Es ist ein obskures Text, den wir suchen. Ich denke, Stadustrae Walder ist unsere beste Hoffnung. Das Wissen von Tomes ist unparalleled. Fret not, Master. Ich bin genau genau, wo diese Person gefunden wird. Okay. So, warte mal, dann könnten wir aber... Wenn jetzt die Frage sind... Maskenbälle sind eigentlich meist, ähm... Meist abends, meine ich. So, ausrüsten. Ausrüsten. Interessanterweise bringt er uns... Ja, wobei, ähm... Das Ding bringt uns so ein bisschen... Also der Fellumhang bringt uns ein bisschen, ähm... Elementarwiderstand. Also zumindest gegen Feuer. So, dann gehen wir mal hoch. Wie geht's? Ich möchte jetzt aber... Nicht unbedingt... Jetzt gar nicht, wo sie uns hinbringt. Wo sie uns wo hinbringt. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Okay. Okay. Gut, jetzt wäre die Frage... Warte mal. Äh... Gegenstände... Mit... Ausrüstung. Ausrüsten. Was heißt besondere Empfehlungen? Ah... Also quasi könnten wir dafür sorgen, dass wir da zur Krönung... Mein Platz ist an eurer Seite. Äh... Genau rechts von euch. Was? So kommen wir hier rein. So kommen wir hier rein. Ich glaube, wir müssen... Ach, haus. Okay. Ich glaube, wir müssten... Tatsächlich irgendwie warten oder so. Und abends wiederkommen. Audi Ends Saal. Dann mal aber... Das ist die Frage, welchen Auftrag haben wir denn eigentlich aktiv? Ah. Maskenball ist da hinten. Ich dachte, der würde jetzt hier im Saal oder sowas stattfinden, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Dann gucken wir doch einfach mal, wo wir da hin müssen. Ah, hier. So, guten Tag, guten Tag. Ich glaube, wir sind zur falschen Stunde hier. Grüßen. Äh, weiß ich nicht. Ihr vielleicht auf uns? Äh, wer bist du? Ja, bestimmt könntest du was für mich tun. Okay. Ähm, warte mal, wo ging's denn hier raus? Da ging's raus. Guten Tag. Gut. Wer bist du? Was für eine Mission? Ähm. Könnten wir nicht auch. Warte mal. Warte mal. Ähm. Warte mal. Ne. Wer bist du? Warum? Oh, sorry. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch mal warten. Oh, gut. Gut. Du gehst zurück. Okay. Okay, also quasi suchst du noch nach Kunststücke, beziehungsweise hast du sie noch nicht vollständig und ich soll dir dabei helfen wahrscheinlich, sie zu vervollständigen. Alas, die Sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive. Okay. Ja, ich kann... Ähm. Ich könnte den... Oh, er hat schon, äh, Informationen darüber oder was? Aber... Mich würde mal interessieren... Warte. Hallo. Ne. Äh. Genau. Auskamungsstätte. Äh. Äh. Ja, das ist tatsächlich... Ziemlich weit unten, glaub ich. Warte. Ne. Mhm. Die Runde. Aber da kommen wir noch früh genug hin. Ich würde gerne erstmal das mit dem Thron rüber hier machen. Danach, ähm, werden wir mal nach Harvard zurück. Und dann schauen wir mal, ähm, was so als nächstes eventuell... Ich weiß, dass du dein Dingens gerne loswerden wollen würdest, dein Heim. Aber... Das kann ich mir momentan nicht leisten. Ähm. Äh. Das ist durchaus korrekt. So, das war Laufbahngilde. Aber zur Laufbahngilde wollte ich jetzt nicht. Ähm. Wenn man die Schenke... War die eins drunter? Ja, hier... Ja, hier. Oh, wir müssen uns noch mehr Zeit vertreiben, so wie es aussieht. So, das sollte ausreichen. Hoffe ich zumindest. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Also schätze ich zumindest mal, dass das jetzt von der U-Zeit her passen dürfte. Vielleicht. Dieses Dilemma, ja, 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 ja. Gibst mir Geld, dann kaufe ich es dir gerne ab. Also ich, ähm, kann es auch gerne als Kredit betrachten. Ja, ja, ja. So, dann guck. Genau, ihr könnt nur warten. Mehr könnt ihr nicht tun. Bin ich ja mal gespannt. Wieder jetzt so. Hm, das ist für euch kein... Was? Warum? Wann ist der Nächste geplant? Warum? Ach, schade. Wann ist denn der Nächste Maskenball? Nicht, dass ich den jetzt verpasst habe, oder so. Kann man das irgendwie irgendwo... ...nachvollziehen, wann der Nächste Maskenball geplant ist? Ich bin nämlich immer. Schade. Oh, große Marmelade. Äh, kannst du mir vielleicht sagen, wann... Oh, schade. Der kann mir wahrscheinlich auch nicht wirklich viel sagen. Ja, dann spazieren wir einfach mal durch den Schlossgarten, würde ich sagen. Oh, der Nächste Maskenball, oder so. Kommen wir hier rein. Oi, du kannst nicht hier rein kommen. Ach, schade. Wenn wir denn... ... vielleicht... Ey, hier steht auch nur so rum, irgendwie. Guten Tag. Wenn wir mit dir sprechen. Aber warum haben wir nichts zu besprechen? Aber warum? Ja, wann gibt's denn den nächsten Maskenball? Das würde mich mal sehr interessieren. Hallo? Ja? Ja? Ich wüsste gerne, wann der Nächste Maskenball stattfindet. Müssen wir am nächsten Abend mal wieder vorbeigucken, glaube ich. Dann gehen wir vielleicht doch erstmal nach Habe. Ähm, dazu werden wir jetzt erstmal die Ausrüstung wechseln. Und dann gehen wir Richtung Habe. Wenn hier steht halt auch nicht, dass es zeitlich... Äh, ja... D-d-d-d-d... ...d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Doch um in den Maskenzahl zu gelangen, musst du dich erst im... ... festlichen Gewand kleiden und deine Maske aufsetzen. Das hätten wir ja... Sofern, äh, das, was ich da anhabe, als festliches Gewand zählt, sollte das eigentlich kein Thema sein. Was halt eher ein Thema ist. Äh, wann ist der nächste Maskenball? Wäm, 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 wäm. Stimmt, hier vorne. Also man muss ja schon sagen, einerseits sieht das Spiel halt schon hübsch aus, andererseits, ja, also es ist irgendwie so ein Mischmasch. Also an mancher Stelle finde ich schon, dass es echt schön aussieht und dann wiederum allerdings auch, ähm, ja, weiß ich nicht. Trotz dessen, ich, das ist die RE. Oh, 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 des Wundarztes, geil. Wie komme ich zu der Ehre? Wie komme ich zu der Ehre? Äh, warte mal, Aufträge, Magier. Mmh, Details. Äh, wir haben eine Erde. Warte mal, ich könnte, das ja einfach, äh, mal... Was ist denn das Kamoa jetzt? Hä? Ah, hier. Kulian des Wundarztes, verleiht einem Vasallen die Spezialisierung Wundarzt, ermöglicht es, den autonomen Heilmittel auf den Erweckten und andere Verbündete anzuwenden. Öh. Geben. Uwe. Achso, das ist eine Spezialisierung, okay, okay. Okay.